Vielleicht ist es ja schon ein kleiner Wink, dass Feuer hier besonders effektiv ist. Ich bin noch mal gespannt, ob es sich hier lohnt, hier den Dolph durch auszupacken und auf Parade zu spielen. Ich denke, ich werde es erstmal nicht probieren. Und ich glaube, ich nehme auch erstmal kein Feuer fett, sondern versuche den erstmal kennenzulernen. Und in der zweiten Runde kann man das dann mal anwenden. Der hat schon nur 60% Leben. Genau. Genau. Selbst versteckt sie sich schon hinter so einem Ding? Warum springt sie so weit weg? Das irritiert mich. Nicht den Fokus verlieren, nicht den Fokus verlieren, gleich stehen auch hier unfassbar viele Skelette auf. Wie? Das war's.